Hallo zu einem neuen Video. In Microsoft Excel, einem der führenden Programme für die Tabellenkalkulation, gibt es eine leistungsstarke Funktion namens Wenn-Dann. Die Wenn-Funktion ermöglicht bedingte Entscheidungen zu treffen. Diese kann den Wert einer Zelle basierend auf einer vordefinierten Bedingung verändern oder eine von zwei oder mehreren verschiedenen Aktionen ausführen. In diesem Video werden wir uns gemeinsam ansehen, wie die Wenn-Funktion in Excel verwendet werden kann, um komplexe Berechnungen und Entscheidungen in Excel umzusetzen. Dazu habe ich uns ein Beispiel mitgebracht. Und zwar haben wir vor uns eine einfache Tabelle, welche aus einem Produkt, Kunde, sowie die Quartale 1 bis 4 und dem Ergebnis sich zusammensetzt. Nun möchte ich die Wenn-Funktion anwenden, dass ich beispielsweise sage, zählen wir nur jene Quartale, welche sozusagen einen Umsatz größer 500 Euro haben. Sprich, ich möchte als Ergebnis nur die Summe sehen von jenen, wo der Umsatz größer als 500 Euro ist. Wir können uns dazu der Spalte H bedienen, dem Ergebnis, welche der Summe der Quartale entspricht. Und diese können wir abfragen, ob dort der Betrag größer als 500 Euro ist. Dazu lege ich uns eine neue Spalte an. Diese nenne ich Umsatz größer als 500 Euro. Und darin kann ich nun eine Funktion angeben. Diese wie eingangs beschrieben nennt sich Wenn. Und wir sehen bereits hier eine Auswahl an möglichen Funktionen. Und können hier die Wenn-Funktion verwenden. Wenn wir nun die Klammer angeben, halten wir auch einen Blick auf die möglichen Parameter. Und als ersten Parameter geben wir an unsere Bedingung. Unsere Bedingung ist, dass in der Spalte H dem Ergebnis, dass diese größer als 500 ist. Also falls diese größer als 500 ist, dann übernehme bitte dieses Ergebnis. Ansonsten möchte ich, dass es 0 zurückliefert. Ich bestätige mit OK. Und im Anschluss erhalte ich nun als Ergebnis die Anwendung der Funktion. Und wir können diese überprüfen und sehen, dass beispielsweise dieser Datensatz hier mit 300 Euro, da dieser weniger als 500 Euro ist, ausgelassen bzw. mit 0 angezeigt wird. Genauso dieser Datensatz und dieser. Alle Datensätze, welche größer als 500 Euro sind, werden auch hier in dieser Spalte angezeigt. Ich kann natürlich diese Wenn-Funktion beliebig erweitern. Zum Beispiel kann ich noch eine zusätzliche Bedingung mit angeben. Ich kann eine Bedingung machen, die folgendermaßen lautet. Und zwar, falls das Ergebnis größer als 500 entspricht und der Grunde Anton war bzw. ist. Dann möchte ich das Ergebnis erhalten, ansonsten eine 0. Das kann ich folgendermaßen durchführen. Und zwar sehe ich mir den zweiten Parameter an. Und zwar gibt dieser an, welcher Wert zurückgeliefert werden soll, wenn das Ergebnis bzw. diese Bedingung erfüllt ist. In unserem Fall kann ich dann in diesem zweiten Parameter wiederum eine Wenn-Funktion angeben, in der ich die Bedingung habe, ob der Kunde Anton entspricht. Falls ja, dann möchte ich das Ergebnis erhalten. Ansonsten wiederum eine 0. Ich bestätige mit Enter und wie wir sehen, wird für den Kunden Anton hier das Ergebnis zurückgeliefert, da ja das Ergebnis größer als 500 Euro ist und der Kunde Anton ist. Sehen wir nach, ob noch ein weiterer Fall in dieser Umsatzliste vorkommt. Ja, hier zum Beispiel ist auch hier wiederum der Kunde Anton und der Betrag ist knapp über 500 Euro und wir erhalten als Ergebnis nun den entsprechenden Umsatzwert. Sehen wir, ob wir noch einen weiteren haben. Auch hier ist es so, der Kunde ist Anton und im zweiten Quartal bzw. das Ergebnis, das Gesamtergebnis ist größer als 500 Euro und somit wird auch dieser angezeigt. Wie du siehst, kannst du nun auch verschachtelte bzw. ineinandergreifende Wenn-Funktionen anwenden. Der Übersichtshalber ist es zu empfehlen, diese nicht in einer Zelle zu hinterlegen, sondern diese auf mehrere Spalten anzuwenden. Ich könnte genauso gut diese Bedingung, welche ich hier habe, der zusätzlichen Überprüfung auf Anton auch in einer zusätzlichen Spalte hier ist, hoppala, der Kunde ist Anton. Diese könnte ich auch hier mit angeben und zwar, dass ich dann sage, ist Anton größer diesen Wert. Dann kann ich diese beiden zusammen überprüfen, falls das Ergebnis mit einer Umbedingung erfüllt ist, dann übernehme diese. Damit kannst du strukturierter sozusagen diese einzelnen Bedingungen aufteilen und erhältst somit einen besseren Überblick über deine Excel-Arbeitsmappe. Falls du Fragen dazu hast, hinterlasse mir einfach einen Kommentar. Ich werde dir gerne helfen und an dieser Stelle bitte nicht vergessen, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und ganz viel Erfolg.